Liebe Freunde, meine Damen und Herren, man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, hinter uns liegt eine außerordentlich herausfordernde Legislaturperiode. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, dass wir die strategischen Ziele unseres Wahlkampfes erreicht haben. Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden.